Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen! Endlich mal ein Nightlife-Video. Darf doch an dieser Stelle schon mal einen Daumen hoch. Ihr habt es euch gewünscht. Heute bin ich am Start mit Tobi, hier in Poblado, in Provenza. Die wohl bekannteste Meile hier ganz in Medizin. Hier ist auch mal alles ganz wild. Ihr seht, alles zurecht gemacht. Heute wird es auf jeden Fall auch nicht seriös. Heute geht es mal ein bisschen pur darum, was geht hier so ab im Nightlife in Kolumbien. Was kann Medizin und was macht das Ganze aus? Tobi, let's go, lass uns mal sehen, was hier so abliegt. Also hier kann man auf jeden Fall sagen, ist so mehr oder weniger die High Society unterwegs. Alle sind top zurecht gemacht. Hier sieht man mal, sag ich mal, in dem so etwas Kolumbien zu bieten hat, wie schön die Frauen halt wirklich sind. Und besonders auch im Club, wie hier getanzt wird. Reggaeton ist natürlich ein Muss, also wer hier hinkommt, der sollte auf jeden Fall mal in den Club Peroneco gehen. Das ist der bekannteste Club. Der Nummer 1 Club hier. 22 Uhr, 22, 30. Auf jeden Fall immer schon voll. Wer Bock auf Elektronik hat, sollte in den Club Salon Amador gehen. Hier haben auf jeden Fall das beste Soundsystem. Und ihr könnt es ja mal im Schild zeigen hier. Zum Beispiel hier ist es ein Strom, was sie hatten. Nein, ja. Oder hier auch das Teatro. Der größte Club ist so gut. Also Provenza ist auf jeden Fall relativ teuer. Oder am teuersten in Kolumbien, würde ich sogar sagen. Egal, ob es jetzt Restaurants sind oder Clubs. 50.000 Pesos Eintritt sind gut 12 Euro durchaus in den einen oder anderen Club hier. Aber definitiv zum Feiern die beste Adresse. Leider muss man wirklich sagen, machen die Clubs immer schon um ab halb vier, vier zu. Das ist natürlich immer ein Problem, wer lange feiern will hier. Ich bin überrascht auch gewesen, selbst für kolumbianische Verhältnisse, wie viel Sexappeal hier ist in Medellin. Generell, Kolumbien ist ja ein sehr, sehr offenes Land. Aber so, was Offenheit, auch sexuelle Offenheit angeht, ist Medellin auf jeden Fall so das Kapital in Kolumbien. Also mehr geht eigentlich nicht, würde ich sagen. Medellin ist auch bekannt für die schönsten Frauen in Kolumbien. Ja, ich zeige euch jetzt quasi nochmal die zweite Straße. Hier gibt es ganz viele Parallelstraßen. Überall sind Clubs und Bars. Also hier ist echt alles voll. Ist auf jeden Fall sicher. nur abends, so ab Mitternacht halt. Die ganzen dunklen Seitenstraßen muss man halt ein bisschen aufpassen. Besonders auf Motorrädern. Aber alles halb so wild im Endeffekt, wenn man sich einfach nicht so ganz dumm verhält. Das hier vorne ist übrigens, also der Liquid Zorn hier, den ihr hier seht. Das ist so eine der billigen Ketten, wo man billig Alkohol kriegt. Also da kriegt man auf jeden Fall billig Alkohol. Hier saufen die sich relativ preiswert voll. Ist immer so typisch kolumbianisch. Man sitzt halt hier auf dem Tisch, haut sich so 20 Bierflaschen rein und trinkt und trinkt und trinkt. Quasi bis einer umfällt. Das sieht man besonders auf der Last Attenta in Laurelis, zweite Party Street. Sehr local, sehr laut. Und da ist überwiegend traditionelle Salsa Musik, wie auch einfach Tische und besinnungsloses Besaufen. Endlich, Alter. Jetzt sind wir ready, ja. Mein Arm wird hier lahm. Spaghetti Arme einmal aufgepumpt für den Raggaeton Club. Der ist auch ready hier. Der ist auch ready. So ein bisschen das Gefühl habe ich, dass hier in Poblano ein bisschen mehr Englisch vorhanden ist. Also viele, die hier sind, weil es hier so ein bisschen heikler ist, können schon Englisch. 70% der Touristen hier sind glaube ich Amerikaner. Und deswegen macht es natürlich viel Sinn, Englisch zu lernen, weil du natürlich viel mehr Geld rausholen kannst. Gleich nochmal so als Tipp auch, woran ihr erkennt, wer Prostituierte ist und wer nicht. Wenn ihr in die Augen schaut und sie nicht wegschaut, dann ist sie auf jeden Fall, ja, eine, die für eine Entlohnung arbeitet. Das Gute an Colomene ist, durch die Gefahr hält es natürlich viele Leute davon ab, hier hinzukommen. Und dadurch hast du hier nicht so viele alte Leute, die halt den Sextourismus unterstößen, weil die halt Schiss haben, hierherzukommen. Generell auch so was so Bergpacker angeht oder allgemeinen Reisende, du hast hier schon so einen Filter drauf, auch in Zentralamerika. Irgendwie nur die coolen Leute schaffen es halt hier hin so. Du hast halt nicht so die typischen Abiabgänger 18, 19 wie in Asien. Du hast hier eher so ein bisschen die erfahrenen oder die rougheren Reisenden, was halt eigentlich ganz cool ist. Kolumbien ist auch nicht für Anfänger, muss man so sagen. Also Brasilien, Kolumbien sind nicht für Anfänger. Also besonders hier an der Ecke hinter mir, sage ich mal, jede gut oder übertrieben gedresste Frau arbeitet auf jeden Fall für ein spezielles Gewerbe. Hier ist auf jeden Fall die Straße, wo die meisten abhängen. Und gerade auch an der Hauptstraße. Ja, ich habe auf jeden Fall mal leicht mitbekommen, wie ein, sagen wir mal älterer Herr, so einer von der Weirdo-Generation, so ein bisschen angeflirtet wurde, von gleich drei Prostituierten. Es hat 15 Minuten oder keine 15 Minuten gedauert, dann war das Portemonnaie auf einmal weg und er so, ja, ja und zack, quasi waren die anderen verschwunden. Ja, Gerüchten zufolge wird ja auch, habe ich zumindest so gehört, die eine oder andere Substanz in Kolumbien konsumiert. der Preis pro Gramm nicht ungefähr, kann ab bei zwei Euro liegen, kann aber auch für vier, fünf Euro hier an die Haustür gefahren werden, mit einem Private Service. Keine Ahnung, was genau so die Straßenpreise hier in Port Lado sind. Hier macht es auf jeden Fall keinen Sinn, aber es ist auf jeden Fall geisteskrank, wenn man mal überlegt, dass der Preis in Deutschland, das kostet uns solch 80, 90, 100 Euro in Deutschland. Naja, 100 Euro? Also das ist einfach schon pervers, wenn man sich das mal überlegt. Dementsprechend wird das Ganze natürlich auch angenommen von Touristen, aber auch von Kolumbianern in der Partyszene. Generell muss man aber nochmal sagen, ich sag mal, ihr wisst ja alle, wo es euch drum handelt, auf jeden Fall relativ respektlos, das im Beisein von Kolumbianern zu erwähnen, also im normalen Alltag, in normalen Gesprächen. Versucht das auf jeden Fall zu vermeiden, weil die Geschichte und die Probleme dieses Landes halt immer noch so ein bisschen halt daherkommen. Ich denke, mit diesem Video habe ich euch geradezu eben ein weiteres starkes Argument für Kolumbien geliefert. Also ich würde sagen, kommt her, genießt den Kulturschock und wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Video, auf Meaning- auf Ding. Ethan Alden. Tim dealing mit Flam Things. Ft – Untertitelung des ZDF, 2020